Mein Name ist Angelika Weisbach. Ich bin Kunsthistorikerin und wissenschaftliche Mitarbeiterin im Museum Utopie und Alltag in Besko. Wir befinden uns hier im Depot, im Kunstdepot des Museums. Ich möchte Ihnen eines dieser Gemälde, die sich hier befindet, heute vorstellen und es ist das Gemälde Kassandra sieht ein Schlangenei von Heidrun Hegewald aus dem Jahr 1981. Wir sehen ein Gemälde, auf dem sich mehrere Personen befinden. Im Hintergrund sehen wir fünf Frauen, die sich von links nach rechts bewegen. Sie sind wahrscheinlich wie die erste Frau alle schwanger. In die gleiche Richtung bewegt sich auch die Figur in der Bildmitte am linken Rand. Also auch sie marschiert von links nach rechts und man hat zuerst den Eindruck, es ist auch eine Frauenfigur. Aber wenn man ihr ins Gesicht blickt, kann man also zum Beispiel das Hitlerbärtchen gut erkennen. Es ist also nicht ganz klar, wie sie zuzuordnen ist. Aber durch diese Schirmmütze und auch die rote Armbinde ist sie also eher zu den Uniformen der Nationalsozialisten, also den Hinweis zum Zweiten Weltkrieg und zum Nationalsozialismus kann man da sehr gut erkennen. Und was natürlich auffällt, in der rechten Hand, die mit einem Handschuh bedeckt ist, trägt sie ein Schlangenei. Dass es ein Schlangenei ist, kann man erkennen, weil es durchsichtig ist. Und die Schlange ist also, das Reptil ist fast vollständig ausgebildet. Es ist also wahrscheinlich bereit, auf die Welt zu kommen und eventuell Unheil zu verbreiten. Diese gleiche Durchsichtigkeit, wie man eben auch bei dem Schlangenei sieht, sieht man auch im Gesicht der Frau im Vordergrund. Also die Haut ist sehr angespannt, durchsichtig. Man kann fast eben auch die Schädelkonturen erkennen. Sie ist als Halbfigur dargestellt. Ihr langes, glattes Haar fällt ihr also frei auf die Schultern. Und ganz zentral, sie hält ihre rechte Hand an den geöffneten Mund. Sie scheint also zu rufen, zu schreien, zu mahnen. Und die linke Hand hält sie schützend um ein kleines Kind, was sie also am Kopf hält, den Kopf zuhält. Und das Kind wiederum hat in der rechten Hand einen kleinen gefalteten Papierkranich. Diese Person bewegt sich von rechts nach links, also genau entgegengesetzt dieser Masse oder dieser mehreren Personen im Hintergrund. Und dadurch entsteht eben so eine Bewegung im Bild durch diese entgegengesetzten Bewegungsrichtungen. Was auffällt ist, an der Kleidung oder an den Frisuren der Frauen kann man eigentlich wenig, keine Mode erkennen. Man kann es keiner Zeit zuordnen und auch der Raum ist nicht näher definiert. Also es gibt diesen weißen, sehr kalt wirkenden, vielleicht nebligen Hintergrund. Aber es gibt, also bis auf diese Hinweise auf die Uniform der Nationalsozialisten, eigentlich kein Hinweis auf einen konkreten Ort oder auf eine konkrete Zeit. Also es ist als erstes mal ein Querformat, vielleicht auch die Maße dazu, 1,35 m hoch und 1,55 m breit. Das ist ein Format, was Heidrun Hegewald häufig verwendet. Was aber tatsächlich eher selten ist, ist, dass sie für dieses Gemälde Acrylfarbe verwendet hat. Sie hat bis dahin immer mit Öl auf Leinen oder auf Leinwand gemalt und sie nutzt hier erstmals Acrylfarbe. Das Besondere an Acrylfarbe ist ja, dass sie sehr schnell trocknet. Und ich denke, oder es ist davon auszugehen, sie hat es hier ausprobiert, weil es ja eine Art Lasurmalerei ist, die aus mehreren Schichten besteht. Und wenn die Farbe schneller trocknet, ist es natürlich günstiger für den Malprozess. Und es war damals ja auch, zumindest im Osten, also in der DDR, etwas ganz Neues. Also in Westdeutschland malte man schon länger mit Acrylfarbe, aber ich denke, sie hat es genau dafür ausgewählt. Die Farben, ja, die sind eben eindeutig, sie sind ein sehr düsteres Bild, sehr viel Braun, sehr viel Grün, sehr viel Grautöne, aber es blitzt eben immer Rot oder sogar auch Pink, Rosa blitzt also immer auf, um vor allen Dingen zu modellieren, also um Falten zu zeigen, um Akzente zu setzen. Es gibt auch bei dem Schlangei ein Grün und ein Blau, aber sonst bewegt man sich also wirklich in diesem sehr düsteren Grün-Grau-Braun-Farbton. Und Weiß spielt natürlich eine wichtige Rolle als kalte Farbe hier in diesem Gemälde. Was ist Heidrun Hegewald? Also Heidrun Hegewald hat es 1981 gemalt. Sie war damals 45 Jahre jung und eben als freischaffende Künstlerin, als Malerin und Grafikerin tätig in der DDR, in Ostberlin, der damaligen Hauptstadt der DDR. Sie hatte nach einer Kindheit in Dresden, also Kindheit und Jugend in Dresden, zunächst in Berlin Modegestaltung studiert und dann an der Kunsthochschule in Weißensee Grafik. Da war sie zum Beispiel, eine ihrer Kommilitoninnen war Nouria Quevedo, die ja später auch eine sehr bekannte Künstlerin in der DDR geworden ist. Und ihre Lehrer waren vor allem Arno Mohr, einer der bekanntesten Grafiker dieser Zeit, Werner Klemke und auch Klaus Wittkugel, der ja eher über die Gestaltung bis heute bekannt geworden ist. Nach der Geburt ihres Sohnes 1961 hat sie zunächst als Buchgestalterin und Illustratorin gearbeitet. Und erst als sie 1970 Meisterschülerin wurde bei Werner Klemke, den sie ja eben von der Kunsthochschule Weißensee kannte, begann sie auch künstlerisch zu arbeiten, als Malerin und als Grafikerin. Ihre frühesten Werke datieren eben auf 1973. Und es ist interessant, weil hier im Bestand in Besko gibt es auch ein Werk eben genau aus diesem Jahr von ihr, das heißt Chile 1973 und bezieht sich eben auf den Putsch und auf die aktuellen politischen Verhältnisse dort. Und auch da zeigt sie eben nicht die kämpfenden Männer, sondern sie zeigt eine Mutter mit Kind. Also das ist eben so ein typisches Thema für sie, familiäre Beziehung, aber eben vor allem Mutter-Kind-Beziehung. Heidrun Hegewald war dann eigentlich schon ab Anfang der 70er Jahre, kurz nachdem sie eben begonnen hat, auch künstlerisch zu arbeiten, auf den Kunstausstellungen in der DDR vertreten, mit ihrer Malerei, aber eben auch mit ihren Zeichnungen und ihrer Druckgrafik, auf diesen Berliner Bezirkskunstausstellungen, genauso wie auf den großen Kunstausstellungen der DDR, die in Dresden alle drei bis vier Jahre stattfanden. Und sie hatte 1980 ihre erste Einzelausstellung in Potsdam. Bereits Ende der 70er Jahre begann sie sich mit dem Thema der Kassandra zu beschäftigen. Es gibt eine ganze Reihe von Zeichnungen zur Kassandra in verschiedenen Konstellationen. Und das ist eben in dieser Zeit ganz typisch für die Kulturszene in der DDR. Also nicht nur in der bildenden Kunst, sondern eben auch im Theater und in der Literatur wird zu dieser Zeit sehr oft auf mythologische Figuren, auf mythologische Symbole zurückgegriffen, um einfach mehr oder weniger versteckt eben Kritik an den aktuellen Verhältnissen üben zu können und sich natürlich auch in diese Zeitgeschichte einzuschreiben. Also Heidrun Hegewald konnte auch davon ausgehen, dass das Publikum die Metapher versteht. Das bekannteste Beispiel ist ja Christa Wolfs Erzählung Kassandra, die dann 1983 erschien, aber auch zum Beispiel Prometheus, Icarus, Sisyphus. Also sind alles mythologische Figuren, die in dieser Zeit wirklich eigentlich durch die Kultur der DDR wandern und in den verschiedensten Formen eben als Möglichkeit benutzt werden, eine Kritik zu äußern, ohne sie direkt an der aktuellen Situation äußern zu müssen. Das Kunstverständnis von Heidrun Hegewald basiert auf dem Dialog. Also sie möchte mit ihrer Kunst, mit ihrer Malerei den Betrachter, die Betrachterin dazu anregen, hinzuschauen, sich in Beziehung zu setzen, sie vielleicht aufzuwühlen, zu mahnen. Also ihr geht es genau darum, vielleicht auch zu provozieren. Also die Inhalte, die sie darstellt, möchte sie, dass das Publikum eben darauf eingeht und möglichst nicht gleichgültig ist. Also sie möchte eine Reaktion provozieren, sei sie positiv oder negativ, aber es geht ihr darum, eben keine Gleichgültigkeit zu erzeugen. Aber Heidrun Hegewald gehörte in der DDR dadurch, dass sie sich auch im Verband der Bildenden Künstler sehr engagiert hat. Also um freiberuflich arbeiten zu können, musste man ja Mitglied im Verband der Bildenden Künstler in der DDR sein. Das war also eine wichtige Grundlage. Und sie hat sich aber auch in verschiedenen Gremien engagiert, stark gemacht, als eine der wenigen Frauen und war also kulturpolitisch auch sehr aktiv. Ja, was eben auch ein wichtiger Aspekt war für sie als Künstlerin, dass sie eben nicht zurückgezogen gearbeitet hat, sondern sich eben auch kulturpolitisch geäußert hat und positioniert hat. Ja, vielleicht kann man sagen, dass eben das Spezifische auch für Heidrun Hegewald in dieser Zeit, zu Beginn der 80er Jahre, es eben war, auch Negatives zu zeigen oder man eben nicht glücklich in die Zukunft schaut, sondern eher pessimistisch, weil genau dieses Gemälde kann man ja auch so lesen. Also es ist eine Ruferin, die vor etwas warnt, aber sie wird nicht gehört. Versteht sich vielleicht die Künstlerin auch genau so? Sie warnt vor etwas, sie ruft, aber vielleicht wird sie nicht verstanden werden. Vielleicht wird auch ihre Kunst nicht verstanden werden. Also das kann man natürlich auch in diesem Bildobjekt ablesen. Und es steht natürlich im krassen Gegensatz zu der Kunst, die in den frühen 50er Jahren bis in die 60er Jahre gefordert wurde. Man sollte nach vorn schauen. Man sollte ja auch nicht auf sich an die Kriegs-, an die schlimme Kriegszeit erinnern, sondern der Blick sollte auch in der bildenden Kunst nach vorn gehen, was ja ein großes Problem war für Künstler, die selbst im KZ waren oder die selbst eben sehr viel Leid erfahren haben. Selbst die sollten das nicht aufarbeiten, sondern eben auch in die Zukunft blicken. Und Heidrun Hegewald macht eben genau das nicht. Also sie greift diese Angst vor dem Krieg, vor dem Wiederkommen einer kriegerischen Auseinandersetzung, aber ganz aktuell eben auch die Angst vor dem Atomkrieg auf und zeigt das natürlich entgegen einer positiven Welteinstellung. Also bei dem speziellen Gemälde ist es sehr interessant, weil es ist wie gesagt 1981 gemalt von Heidrun Hegewald und es wurde 1982 schon ausgewählt, um auf der Biennale di Venezia gezeigt zu werden. Das war 1982 eine absolute Premiere. Es war das erste Mal, dass Kunst aus der DDR in Venedig zu sehen war. Es waren insgesamt vier Künstler, also neben Heidrun Hegewald noch die Leipziger Volker Stelzmann und Sieghard Gille und der Hallenser Uwe Pfeiffer, vier relativ junge Künstlerinnen und Künstler. Und Heidrun Hegewald hat also genau dieses Gemälde gezeigt, neben anderen. Die waren zu sehen im venezianischen Pavillon, auch ganz interessant, also natürlich nicht in Germania, im klassischen deutschen Pavillon in Venedig. Da zeigte Westdeutschland, also damals sagt man, BRD, die Kunst. Und es wurde auch in der internationalen Presse natürlich dankbar aufgegriffen, dass es einmal diesen andeutungsreichen Realismus, wie es zum Beispiel hieß, in der DDR gab und eher die monochrome und abstraktere Kunstauffassung von Westdeutschland. Ich habe mich entschieden, Ihnen dieses Bild zu zeigen, weil ich mich zum einen darum bemühe, hier in dem Bestand in Besko die Kunst, die von Künstlerinnen geschaffen wurde, in den Fokus zu rücken. Wir haben hier bildende Kunst von 1700 Künstlern, davon sind knapp 380 Frauen. Also es sind nicht so viele und sie sind auch nicht so bekannt. Deshalb ist es uns hier sehr wichtig, uns für die Künstlerinnen auch stark zu machen und sie eben in den Fokus zu rücken. Wir hatten auch ein Porträtprojekt vor zwei Jahren mit der Fotografin Sibylle Fendt. Wir hatten sie gebeten, Künstlerinnen zu porträtieren, von denen Arbeiten hier im Bestand sind, weil man damit sehr gut und eigentlich mit einer sehr einfache Art und Weise darauf verweisen kann, dass viele der Künstlerinnen und auch Künstler ja seit 30 Jahren immer noch künstlerisch arbeiten. Also dass man diesen historischen Bestand damit in die Gegenwart holt, was, denke ich, ein wichtiger Aspekt ist, den man immer mitbedenken sollte. Und auch Heidrun Hegewald, lebt ja noch. Sie arbeitet zwar nicht mehr künstlerisch oder nur noch sehr begrenzt, aber sie ist eben auch noch da und man kann sie auch noch fragen. Und wir haben sie eben auch besucht, um dieses Porträt zu machen. Zum anderen ist es einfach eine sehr starke künstlerische Persönlichkeit, die eine eigene künstlerische Sprache gefunden hat und eben tatsächlich erreicht, dass man sich bis heute positioniert oder das Gefühl hat, man muss sich oder kann sich positionieren, wenn man ihre Werke anschaut, speziell eben dieses hier und damit eben auch ein Beispiel ist für diese bekannte Vielfalt, die es gab. Also ein Beweis dafür ist, wie vielfältig Kunst in der DDR sein konnte. Und zu guter Letzt, leider hat das Bild natürlich im Moment auch wieder eine große Aktualität, wenn man sich das heutige Weltgeschehen anschaut. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017